Das ist keine Bremse, das ist eine Kette, haben wir gesehen. Ach du Scheiße. Wir haben hier keine Schlussbremse, sondern eine Schlusskette. Wir haben uns gefunden und auch so eine Bügel. Aber das ist nicht schlimm, der Guttafelschneider fährt auch wieder auf den Bügel. Wir müssen das überleben werden. Oh, da stehen auch noch ein paar letzte Karussells. Da ist noch ein paar Devil Rock Konne. Ach du Scheiße. Da stehen so Rollenkonne oder sowas. Ja, vom Devil Rock. Also voll Klicks lang. Oh Gott, ein Pferd. Ohohohohoho, Scheiße. Das ist ja voll schnell. Wird gar nichts gebremst. Ach, Scheiße. Und jetzt in die Kette. Die Kette.